Hast du etwas getan, was sonst einer tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung gestraft, bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt doch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu, die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich ne Bank überfallen, wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deine Damenbart? Oder hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Die Nachbarn haben da sowas angedeutet, also wundere dich nicht, wenn bald die Gripo bei dir läutet. Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn. Es ist ihr eintöniges Leben, was sie quält. Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind kleinlich, unvermeidlich felsenzeiglich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du...